Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer kleinen Runde von Bomberman bzw. BomberTech zusammen mit GLP, Zombie und Maudadon. Ich bin nochmal ganz kurz weg an der Tür. Okay, Manuel ist wieder da, los geht's! Ja! Waiting for Players. Leute, ich habe heute ausnahmsweise keine Facecam bei diesem Spiel, weil es irgendwie lustiger ist so ohne. Wie legt man Bomben? Mit Z-Base. Und man kann auch so ein bisschen sliden. So, wir müssen schnell zum Engel, bevor er wieder da ist. Es gibt auch verschiedene kleine Items, die gespawnt werden. Dann kann man mehr Bomben legen oder ist ein bisschen schneller. Ja, jetzt sieht man das. Zack! Und jetzt bin ich ein bisschen schneller. Genau. Guten alten Regeln. Ja, kennt man doch. Maudadon, du musst schneller zum Engel, bevor er wieder da ist. Ja, ich kriege leider nicht die besten Upgrades dafür, um schnell zu dem zu kommen. Oh nein, ich will nicht. Oh, mit Zombie. Das wird doch wieder ein Duell. Ich bin im Bomberman ultra schlecht, also kein Ding. Ja, ja, das sagst du immer so. Oh, 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 oh. Oh, ich habe eine zweite Bombe, jetzt kann ich schneller zum Anruf. Toll, Mist. Ich komme hier nicht mehr, ich muss taktischer spielen. Zombie, geh weg! Ich halte dich nur fern. Du, du. Hallo? Hallo, Manu. Ja, da hat er wieder versucht. Du hast es doch schon mal gespielt. Wir haben das nämlich schon mal ganz, ganz wieder. Ich habe mich eingesperrt, bin tot. Tschüss, Manu. Nein. Okay, warte, dann muss ich doch nur nach da unten. Ey, der hat jetzt zwei Bomben. Komm, Palette. Oh, tschüss. Ich habe mich selbst gespielt. Ach, was? Palette, er hat kein einziges Upgrade, du kriegst den. Ich habe ja eben. Ich habe nichts. Renn einfach auf ihn drauf und spamm Leertaste. Oh, oh, oh. Oh, scheiße. Ja, doof, ne? Ich habe halt nichts. Aber du wirst es trotzdem schaffen, weil du bist Manual. Das stimmt, das bin ich. Oh, jetzt ist er schneller. Oh Gott. Wieso kann er denn da immer durch? Oh Gott, die ist ja groß. Oh, oh. Scheiße, da kommen die durch. Das bringt dir nichts. Oh, ich... Na? Mein, ich brauche Bomben. Oh, scheiße. Oh, oh. Jetzt gehen wir doch irgendwas spielen. Oh, da. Guckt, er hat was bekommen. Oh, nein. Oh, oh. Oh, oh. Au, nein. Da oben hat es mich erwischt. Vor allem, ich habe mich selbst umgebracht, weil ich Marne töten wollte und verlooten auch. Ich habe dort einfach nichts gemacht. Hä, ich bin die ganze Zeit gut ausgewiesen. Ich habe dich auch selber getötet. Ja, die haben sich einfach nur selbst getötet. Congrats, ja, danke. Aber du bist doch mal in Stufe 9. Stimmt. Wollt ihr nicht fürs selber sprengen? Häh, der zockt da selber schon mal. Nee, der muss ja schon davor gespielt haben. Ja, muss er ja. Na, ich habe es noch nie gespielt. Du bist doch nicht umsonst Level 9, Alter. Was ist ein Betrüger, ey. Ich habe das noch nie gespielt. Ich bin so richtig, Bomberman. Oh, Mann, ey. Ich habe selten gezockt, den Kram. Cool, jetzt schon mehr Eisenwerzer schafft. Vielleicht hat der Zombie ja einen Account geklaut. Ja, und geh hijackt. Oh nein. Hey, Zombie. Der kann ja auch schieben. Ja, mit Shift. Ach, das geht das schon immer? Ja, das geht schon immer. Nein, Zombie. Oh, Gott. Mit Shift, mit Shift, mit Shift. Nein, Zombie. Was, mit Shift? Mit Shift kannst du die Bombe, guck mal hier. Zack. Hey, dafür braucht man doch einen Upgrade. Ja, eben. Auch, Mann. Ach so. Kann man das nicht standardmäßig? Ne. Ich weiß nicht. Also bei Bomberman braucht man ein Item dafür. Ich würde es jetzt auch ungern ausprobieren. Ja, aber test doch mal. Scheiße, ich leide. Oh, Gott. Also es geht. Man kann wegsliden. Okay, meine Damen und Herren. Wir sehen auf der linken Seite German Let's Play. Und auf der rechten Maulado. Wer wird das schaffen? Manu ist irgendwie schneller als das Problem. Der ist mega schnell. Wie hat er denn so viele Items? Und vor allen Dingen auch Bomben ohne Ende. Ja, klar. Oh, Alter. Alter, mein Leben ist an mir vorbeigezogen. Oh. Hä, nein. Oh, was? Ich habe mich gar nicht beachtet. Aber mieser Move. Okay, jetzt. Oh, Level 8. Jetzt wie Level 2. Hä? Hä? Warum levelt man rückwärts? Und ihr meckert mich hier an? Warum levelt man rückwärts? Klar, Diss. Ach so, weil wir den Bronze-Rang haben. Und sobald wir dann bei 1 sind, dann noch kein Silber. Ach so. So, komm schon. Jetzt hier die guten Items-Palette. Die guten Items. Ja, erstes Item. Ist trotzdem unfair, dass Zombie vorher schon gespielt hat. Das ist wirklich lame. Aber so ist er halt. Ja. Ja, ich hoffe, ich will. Warte, ich habe jetzt aber schon zwei. Alter, wie viele Bomben hat Manu denn? Äh, nein. Ja, toll. Ich hätte eigentlich noch mehr gehabt, wenn ich dich zerstört hätte. Jetzt, 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 jetzt. Oh Gott, oh Gott. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh Gott. Hi, Zombie. Danke. Oh, hä? Oh, oh Gott. Wo kann ich mich denn noch hier auf... Oh Gott. Ja, oh Gott. Hilfe. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Hey, Wudi. Warte. Scheiße. Was ist da passiert? Ich bin zu langsam. Warte, ich bin zu langsam. Gewinn, nein. Zombie. Juuu. Oh Gott. Alter, der Slide. Komm schon, kriege ich das noch. Das ist so mies. Ich habe dich nicht bewegen. Du schaffst das, Maudano. Tu mit deinen blotten Sexy aus. Hä? Äh, er ist schon tot. Soll ich doch verloren. Aua. Ey, ich hatte so viele Boxen. Level 7. Okay, jetzt aber Palette. Das ist deine Chance. Deine Chance, jetzt auch mal eine Runde zu gewinnen. Nee. Fokus. Fokus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. was ich gemacht habe. Ich habe einfach nur noch von der Teile gespammt. Ey, Gradz. Level 6. Oh, jetzt. Das Schnee-Bio. Komm, Palette, dieses Mal. Es war knapp. Es war knapp. Fokus. Bombe. Bombe. Ui, Schülchen. Achtung, Bombe. Nein, ich habe Schülchen kaputt gesprengt. Ach, nein. Ach, nein, nein. Nein, 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 nein. Ach, nein, 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 nein. Ach, nein, du bist nie. Komm, springe mehr Kisten weg. Ja, mach mehr Kisten kaputt. Ich loot das alles. Nein. Ich bin so langsam. Oh, 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 oh Gott, war das knapp. Oh, danke. Oh, nein. Komm da nicht ran. Hier, guck mal, ich lieg hier oben. Bruder, mach kein Auge. Oh, Gott. Mann, ich bin so langsam. Was? Hast du mich da gerade... Mann, Samuel. Oh, Gott. Oh, der ist ein Komplett-Laden. Alter. Hallo, Palette, komm doch zu mir. Erlebt noch. Palette, hat keine Chance. Oh, 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 Alter. Es ist... Oh, Gott. Oh, um wieder so... Oh, um wieder so... Oh, nein. Es war einfach nur eine Frage, der zahlt, Mann. Wieso? Ich schaff's immer zumindest auf den zweiten, aber weiter geht's nicht, Mann. Oh, ich bin Level 1. Also, jetzt sind wir Level 5. Das ist jetzt... Das ist jetzt dieses Mal. Dieses Mal wird's was. Hey, Rosalie, I said it you as a friend. Hey. Hey. Ja, schon erste Freundin. Bist aber auch ein Draufgänger. Kacke, mit der Maske, ne? Alter, zwei Upgrades im ersten Sprengen. Ja, cool. Geil, richtiges Spiel. Ich freu mich schon gleich drauf. Ich brauch Schuhe. Ja, nimm dir ein bisschen was. Ich brauch Schuhe. Bedien dich. Nein, Zombie. Oh, Gott. Au! Schuhe! Das ist ein Wickeballer. Enttäuschung. Zombie ist ein richtiger Nadist geworden. Ja, warum ist Zombie immer so schnell? Warum kriegt der immer die Rennies? Die Rennies? Der hat die dicken Yeezies. Rennie! Oh! Als ob. Was war da denn? Ich hab' ich aber gar nicht wahrgenommen. Sorry, das ist doch jetzt hier ein schlechter Scherz. Gut gemacht. Ja, ich stand oben rechts in der Ecke. Effe vier! Okay, warte. Jetzt mal hier einen hin. Oh, hier sollte ich gleich erwarten. Ich hab' noch immer nur eine Bombe. Ja. Oh, warte. Das ist ein Chili Melee. Ja, komm, gönne ich dir. Ehm ruhig. Danke. Scheiße! Oh Gott, was für'n Manöver, was für'n Manöver! Oh! Dass ich das überlebt hab', Alter! Oh, komm mal! Oh Gott! Oh Gott, Zombie! Oh! Oh! Du Geerlappen! Da unten! Ja! Nein, ich will's! Ach, Mann! Oh! 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 Toll! Oh, toll! Ich hab' dir den umgebracht. Hallo! Die Range von irgendeiner Bombe, die zu groß war. Oh nein! Oh Gott! Hör auf auf mir zu tanzen, Maudade! Nein! Blutschwinge! Oh Gott! Verdienst! Alter Schwede! Karma! Alter! Das ist deine Runde, Palette! Ja, kommt doch auch zu uns! Sperr sie irgendwie zwischen zwei Bomben ein! Au! Was war das denn? Hahaha! Ja! Huh! Wuh! Jetzt bitte! 0,3? Ich hab' kein Level abbekommen! Oh Mann! Oh! Komm jetzt! Palette, du schaffst das jetzt! Ich will noch Silber werden! So! Verratet ihr eure Taktik? Ja! Ich leck' Bomben und spreng' mich manchmal selber! Oh! Das waren diesmal gute items! Alter! Alter! Ich hab' noch Schuhe! Überall! Wenn ich Schuhe sehe, freu' ich mich! Oh! Über Schuhe freu' ich mich auch! Und jetzt Bomben! Oh! Ja! Komm schon! Schuhe! Ja! Wieso konnte ich ihn da nicht einspielen und da sind auch noch die Bomben! Dank für die Schuhe! Oh nein, Manu! Ich brauch' die! Jetzt zu den anderen sogar! Du bist doch nicht Gönner! Oh Gott! Das war knapp! Leute! Leute! Hilfe! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Alter, was für ne Explosion! Ich hab' dich explodieren lassen! Hey! Oh! Als ob! Ja! Wir haben die Sinn los! Als ob! Final! Final Runde jetzt! Pinizzle, du schaffst das! Ich glaub' an dich! Du schaffst das echt! Du machst das! Es gab glaub' ich noch ganz rechts andere Level! Nee! Es gibt hier! Ich hab' hier mit der Trennung! Ja, aber mit der Trennung können wir ja nicht miteinander spielen! Ja! Nee! Aber das ist langweilig! Okay! Ich will lieber mit euch! Mit meinen bestesten, bestesten Freunden spielen! Wem? Und Maudado! Du wisst schnell gar nicht! Stimmt! Wenn ihr die Golfin-Folge nicht gesehen habt! Also da wisst ihr alle ganz genau gescheit, warum es gerade zwischen Maudado und mir ein bisschen grifelt! Weil er mich wirklich unverfroren hier weiß genau bescheid Maudado! Also das hat mein Herz kaputt gemacht! Aber es war auch lustig! Bisschen schon! Ja, meiner! Von Medugierlappen! Ich glaub' ich hab's bekommen! Aber wenn ich sag' keiner, dann ist keiner! Alter, sind da viele Schuhe! Mann! Mäßlich wollte ich doch Kinder rein! Ich hab's bekommen! Hast du? Ja! Oh Gott! Weil ich einfach so absurd langsam bin! Oh Gott! Leute! Was für eine Explosion! Jetzt hat er Schuhe bekommen! Na toll! Ja, ich hab schon den Mega-Radius in meinen Bomben! Oh Gott! Einfach so chillen! Alter, das merkt man! Das merkt man! Hallo! Oh Gott! Alter! Oh, der sieht jetzt! Oh, der sieht jetzt! Oh Gott! Ich bin wieder langsam wie ein Scheiß-Opa! Ääh! Au! Au! Nein! Oh Gott! Fast! Du schaffst das Menü! Ich glaub' an dich! Ist nur für dich! Warum mach' ich das? Ich will einfach rutschen! Ja, rutschen ist cool! Ja! Also selbst wenn du verlierst, warst du cooler als Maudado! Ich hab' auch gerutscht! Nee! Aber rutschen und vor allem auch dann die Bombe weglegen! Damit hab' ich doch angefangen! Nö! Falsch! Ist doch nur gekopied hier alles! Nö! Mist! Au! Warte! Maudado wins! Uncool! Uncool! Oh! Exploded! Okay Leute! Das war's mit einer kleinen Runde von Bomberman bzw. Bomb-Tech! Lasst ein Like da! Schaut bei ZombieMaudado und German Let's Play vorbei und habt alle noch einen traumhaften Tag! Haut rein! Tschüss! Tschüss! ganze Menge! Bis zum nächsten Mal.